Musik Grüß Gott mit Namen bei RTV Gipfelkruz. Heute sind wir Mitte in der Silvretter, wir sind schon auf 2000. Musik 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 Daniel, jetzt haben wir schon 300 Höhenmeter. Wunderschön, du bist ja jetzt da direkt. Ich freue mich schon, bis wir da sind und hoffe, dass es für mich keine Überraschung geben wird. Überhaupt nicht. Danke Franz. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich empfehle dir jedem, was ich noch nicht gemacht habe. Man hat das Gefühl, als ob man... ... Musik ... ... Musik ... ... bergheil. Ja, über das reden wir dann auf dem nächsten Gipfel, was hier im jetzigen Leben los ist. Ich freue mich. Ich freue mich. ... Musik ... Und das soll so sein. Das ist jetzt ein RTV-Gipfelkreuz gewesen mit dem Marco Büxibühl. Der Erfolgreichste, der Erfolgreichste, der Erfolgreichste, der Steiner Skisportler, mal jedenfalls der Gegenwart. Ein ganz sympathischer Kerl. Ein ganz sympathischer Kerl. Ich habe es zwar gewusst, dass du so bist, aber es war ein Riesenvergnügen. Ja, eine wahrhaft fürchtliche Tour haben wir hinter uns. Wir sind jetzt auf dem Gipfel der drei Schwestern. Damit ist das RTV-Gipfelkreuz mit dem Marco Büxibüchel fertig. Ja, und wenn es euch gefallen hat, nächstes Freitag kommt eine neue Folge mit einem anderen Gast von einem anderen Gipfel. Bis dann. Hens fein beieinander. Musik Ja, grüß Gott miteinander. Heute ist das RTV-Gipfelkreuz im Großen Walsertal. Wir sehen da hinter Sonntag der ganze Walserkampf. Musik Walserkampf. Musik 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 Ja, Karl-Heinz, die ersten 500 Höhenmeter haben wir hinter uns, sind da jetzt auf der Alpe Staffelfeder und ja, es wird nur noch schön. Ein wunderschöner Platz mitten in der Bergwelt, total abgeschieden, ruhig, also ein einmaliger Ort. Musik Musik Musik